Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und es ist soweit, der neue 5er Raid Boss ist bekannt geworden, jetzt eben frisch die Meldung raus für mich. Ähm, was war da denn los? Es ist Heatran. Heatran? Heatran? Wie spricht man das Teil aus? Heatran. 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 Egal. Hier steht das aber Englisch, warum auch immer. Mach mal Deutsch, Bruder. Kann es nicht. Dann gehen wir halt auf die Seite von... Pokefans.net. Heatran kehrt in Raids zurück. Nianti gab es soeben bekannt, dass Heatran als nächster Raid Boss im Pokémon GO erscheint. Außerdem erhält der asiatische Raum eine Wiedergutmachung für die Wiedergutmachung vom GO-Fest. Eine Wiedergutmachung für die Wiedergutmachung vom GO-Fest. Also, die kriegen das zum dritten Mal, ja. Ja. Habt ihr schon ein Heatran gefangen? Das war ja schon mal da. Und dann kam es nochmal zurück, auch als Shiny. Jetzt ist das also dann zum dritten Mal da. Heatran erscheint als nächster Raid Boss im Pokémon GO. Es wird vom 21. August ab 22 Uhr, Freitagabend, also bei uns dann ab Samstag früh, bis zum 10. September in legendären Raids der Stufe 5 erscheinen. Wie üblich ist es dabei auch als Shiny auffindbar. Raid Guide gibt es auch noch. Zusätzlich Entschädigungsevent, das interessiert uns ja eigentlich nicht. Ach so, in Asien gab es keine Shiny incognito auffindbar, deswegen. Aber betrifft uns nicht. Ihr habt ja auf jeden Fall ein Bild vom Heatran und vom Shiny Heatran. Das sieht noch ein bisschen glühtender aus, wie auch immer. Heatran muss ich sagen, ist ein sehr cooles Pokémon. Kommt auch relativ hoch, ich glaube auf, ich will nichts Falsches sagen, auf 3.800 oder so, wenn man das gepusht hat. Und Heatran hat damals relativ viel Spaß gemacht, da ich immer mit Bob unterwegs war. Er mit seinem Level 40er Account, ich mit meinem Level 40er Account und wir haben Heatran immer im Duo gemacht. Wir sind von Raid zu Raid gezogen. Wir sind dann wirklich mit dem Auto auch unterwegs gewesen. Haben Heatran Duo Raids gemacht bis zum Umfallen. Dann hat er mal eine Zeit lang keine Zeit gehabt. Dann habe ich seinen Account mitgenommen. Habe mit seinem und meinem Account Heatran Duo Raids gemacht. Und das hat immer noch Spaß gemacht, bis er irgendwann das 100er auf seinem Account hatte und ich es ihm gefangen habe. Weil er war ja nicht da, ich habe den Raid für ihn mitgemacht. Habe ein 100er für ihn bekommen, habe das gefangen und ich habe natürlich keins bekommen. Mein Bestes ist, glaube ich, immer noch ein 98er. Trotzdem würde ich sagen, ist das ein Pokémon, wo ich Bock drauf hätte, am Mittwoch die Raidstunde zu machen. Wenn das jetzt irgendwas wäre, was es noch nicht als Shiny gibt oder was ganz neu ist, würde ich das lassen. Weil das kommt ja dann irgendwann eh als Shiny zurück. Wenn es jetzt aber eins ist, wo man nicht nur ein 100er bekommen kann, sondern eben auch ein Shiny, vielleicht auch ein gutes Shiny oder ein 100er Shiny, würde ich sagen. Die nächste Woche, Mittwoch, ist die Raidmania wieder gesichert. Heute haben wir ja Raidmania gemacht. Mittwoch wird es auch wieder Raidmania geben, wo wir zusammen wieder Raids machen können. Wenn ihr mich einladen könnt, wenn ihr unterwegs seid, am Samstag werde ich dann frühst den ersten Heatran Raid wieder abfilmen für euch. Da zeige ich euch auch nochmal Kondor, alles dabei, wie der Kampf so verläuft, wie sich es fangen lässt. Das aber kurze Infofolge jetzt. Brand aktuell, brennend wie das Pokémon selber. Schreibt ihr eure Meinung rein? Wie findet ihr diese Ankündigung? Viele werden sich freuen, die das noch nicht haben. Andere werden sagen, schon wieder das Drecksvieh, die es schon haben. Ich hätte mich vielleicht über was anderes natürlich auch mehr gefreut. Zum Beispiel endlich Palkia und Yalga als Shiny zurück. Aber mit Heatran kann ich leben. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Brauche ich noch einen 100er? Also, nehmt mal mit, was kommt. Das war's von meiner Seite aus. Schreibt eure Meinung unten rein, wie ihr das findet. Bis morgen, peace out, vorhaut, euer Ramses.